Mein Name ist Marc und ich darf euch heute hier auf dem Kanal von Helmexpress begrüßen. Gemeinsam schauen wir uns heute unseren neuen Schlauchschal an, den wir nämlich gerade rausgebracht haben. Hier mit einer ganz dezenten Optik, wie ihr sehen könnt. Ich halte es auch mal vor die Detailkamera. Also hier mit dem, ich sag mal, Monstermund, aus dem so Schleim tropft. Also eigentlich genau richtig für uns Motorradfahrer. Und hier unten nochmal das Helmexpress Branding, also von uns entwickelt. Und auch vom Helmexpress Logo tropft so der Schleim runter. Und ja, wirklich elastisches Material, kann man nicht anders sagen. Und wenn man sich das Ganze jetzt mal überzieht, denn ich denke, das ist das Interessanteste, dass man es mal einmal angezogen sieht. Ich weiß nicht, ob man mich jetzt versteht, aber so kann es natürlich getragen werden. Und naja, jetzt, ihr kennt alle die Situation, geht natürlich auch bei Corona zu tragen. Sorgt auf jeden Fall für interessante Blicke beim Einkaufen. Und ja, aber auch beim Motorradfahren genial. Natürlich optimal, hier in Kombination mit dem Joker Helm. Geiler geht es ja eigentlich nicht. Mehr kann und muss man da, glaube ich, gar nicht zu sagen. Sehr, sehr cool, wie ich finde. Ich persönlich trage es gerne, bin schon damit unterwegs gewesen. Und ja, bin gespannt auch, was es noch für weitere Dekore gibt. Aber wenn ich euch dafür begeistern konnte, wünsche ich euch ganz viel Spaß mit unserem Monster-Schlauchschal. Und euch allen wünsche ich eine gute und vor allem eine unfallfreie Motorrad-Saison. Passt auf euch auf, bis dahin. Ciao.